Lange, lange ist es her, aber jetzt bin ich wieder da mit dem Pursum Architekt. Ja, ich hatte keine Lust in der letzten Zeit das zu spielen. Mittlerweile sind ja auch viele Neuerungen rausgekommen, zum Beispiel, was mir auch gut gefällt. Ich habe mir das jetzt erstmal so weit hoffentlich angeguckt. Ja, wie man sieht, suche ich sehr zielstrebig nach dem, was ich hier suche. Ich klicke jetzt einfach durch hier. Ich sage jetzt einfach keine Gefangenkommel nach. Hahaha, kein Stress. Weil die müssen ja hier bauen und so, ist ja auch alles anstrengend. Wie viel angeguckt? So, ich habe 15. Ist wirklich viel zu viel, was ich hier mache. Den brauche ich. Ich habe aber kein Büro. Schon mal ein Nachteil. Aber was will man machen? Wie ich schon bemerkt habe, ich habe das Gefängnis hier, wie ich gesehen habe, schon verkackt. Wegen neuen Objekten und so. Aber naja. Ich hoffe, er reißt die Wende nicht einfach ein. Ah, das würde ich aber machen. Das Lager habe ich aber auch großzügig gemacht. Da wollte wohl jemand Geld sparen, obwohl es nicht notwendig ist. Na ja, äh, Versorgung. Wir brauchen natürlich Stroh. Strom ist schon gelegt. Ja gut denn, ja. Habe ich anstatt schon alles gemacht? Was kann ich jetzt so machen, außer jetzt die abwarten, bis sie fertig sind. Nichts. Wir brauchen natürlich eine Reinigungskammer. Hm, wo ist denn Fundament? Hier ist Fundament. Ah, okay, ich glaube, so kann man das bauen. Ohne, dass die Wende nicht kaputt gehen. Ja, ist ja noch nicht erst fertig. Außerdem, was ich da vergessen habe, sehe ich gerade. Äh, Bücherregal. Die sollen sich hier wohlfühlen. Und einer hat eine Überdosis. Das heißt, der wird bald sterben. Der wird so weit von schnell sterben. Und hier sind auch gar keine Türen. Das ist natürlich super. Ach ne, die Tür wollte ich ja eh am Ende entführen. Stimmt ja. Stimmt ja. Na, sehr schön. Hat ja fast geklappt. Mauer, Mauer. Fundament. Oh, ein Toter. Das ist traurig. Hier ist es nicht. So, jetzt braucht es keinen Eingang mehr. Das wäre das geplant. Wenn die hier fertig sind, kommt hier die Reinigung her. Habe ich das schon erforscht? Ja, ich habe es erforscht. Das erfreut mich. Wo der Vorarbeiter. Ach, der hat ein Büro. Ich dachte, der hat kein Büro. No, umso besser. Ich habe aber noch kein Psychologe. Wird sich noch ändern. Sollte sich alles noch ändern. Stationierung. Das ist ein großer Gang. Hier ist... Ach, da ist keine Tür. Äh. Tür, Tür, Tür. Große Tür. Da, große Tür, große Tür. Wir brauchen große Türen in dieses Hause. Hier können wir jetzt besser unterteilen. Wie auch das hier. Da ist schon die Tür gebaut. Öffnen. Stationierung. Hier machen wir drei. Und hier zwei. Und hier auch zwei. Damit die Wachen auch immer hier schön behütet sind. Damit sie wissen, aha. Hier ist also unser Platz. Äh, Türen. Wir brauchen Türen. Ganz viele Türen braucht das Land. Du ne Tür, du ne Tür, du ne Tür. Und unser, ähm, neuer Gebäudetrakt ist fertig. Das hört sich nicht gut an. Warum machen sie einen Aufstand? Das finde ich jetzt nicht nett. Da müssen wohl Isolierungszellen gebaut werden. Weil ich glaube, ich habe noch gar keine. Ne, habe ich noch nicht. Ja. Da, hier kommen jetzt die Isolierungszellen hin. Haben sie es selber schuld? Also, selber schuld? Sel. Bär. Schuld. Ich wollte gerade sagen, geht der genau auf, aber tut es ihm nicht. Können hier Zellen, also sie könnten rein theoretisch keine Zellen hin. Ja, mach ich jetzt mal so. Schwere Tür. Da müsst ihr auch nicht wieder ausbrechen. Dann mach ich noch, äh, Materialien abreißen. Und zwar diese Wand. Äh, dann bauen wir das Krankenzimmer. Weil das brauchen wir langsam mal. Äh, Krankenbett. Wo ist das Krankenzimmer weg? War es 2x2? Es war 2x2. Wie ich das noch weiß. Boah, bin ich gut. Okay, Einrichtung. Also, ich mach mal hier. Also, 1. 2. 1. 2. Okay, auch so machen. Das wären ja jetzt 8 Betten. Oder? Ja, 8 Betten. Reicht 8 Betten? Ja, 8 Betten reichen. Und. Sehr schön. Äh, wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Die kommt hier hin. Dann brauchen wir natürlich ein freundliches Beton. Und fertig ist das Krankenzimmer. Verkackt wie ich gerade sehe, aber egal. Ja, ich würde eh irgendwann wieder ein neues anfangen. Immer ist immer so. Achso, äh, ich brauche noch eine Holztür. Damit der Bereich abgeklärt ist. Weil momentan ist er echt zu groß. Oh, da kommen zwei hin. Da kommen auch welche hin. Auf den kleinen Hof. Ich habe keine Männer mehr. Ich habe echt keine Männer mehr. Na gut, in dem Fall so. Ich mache Minus. Warum mache ich Minus? Weil ich keine Leute mehr reinlasse. So, dann lassen wir mal Leute hier rankommen. Weil wir haben ja schon 44 Gefängniszellen. Das sollt ihr irgendwo jetzt rechnen. So. Das ist gebaut. Jetzt kommen die Krankenbatter. Ich hoffe, acht reicht aus. So, jetzt brauchen wir noch die Leichenbarren. Leichenbarren, Leichenbarren. Wir brauchen die Leichen. Hier. Direkt daneben. Räume. Ambulanz. Ist ein bisschen verwirrend, dass es jetzt einmal scheiß. Aber ist okay. Das ist natürlich doof, aber naja. Das muss jetzt ausreichen. Ein Arzt. Stellen wir mal ein. Und das Krankenzimmer ist fertig. Aber wir haben kein Strom, siehst du gerade. Ist natürlich unschön. Muss das Strom nachgelegt werden. Jetzt können auch endlich mal die verletzten Patienten da hinkommen. Und die, die tot sind, können nie Leichenhalle im selben Raum. Ja. Ist einfach effektiver. Wenn hier gleich er wegstirbt, haben die nicht so lange Wege bis dahin. Okay, der Zellenblock ist fertig. Ach ja, Putzung. Äh, Putzraum, Putzraum. Was soll ich nochmal mit dem Putzraum? 3x3. Passt ja perfekt. Sehr schön. Einfach nur, weil wir es so können. Äh, Raum. Äh, Raum. Äh, Raum. Putzraum. 3x3. Personal. Jetzt wird hier erstmal richtig schön sauber gemacht. Wie sich auch gehört. Für ein ordentliches Gefängnis. Da wird fleißig gepopft. Und da ist es fertig. Der Putzraum ist endlich fertig. Weil die putzen hier fleißig. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig für die drei, aber ist okay. Hier noch eine Tür. Werden eigentlich alle Gäste satt bei uns? Das weiß ich gar nicht. Hier müsste noch ein Zellenblock hin. Ähm, wie breit war denn so ein Zellenblock? Eigentlich habe ich ja hier sowas. 1x12. Okay, 12. Ha, passt zu. Völlig perfekt. Achso. 19. Gut, 19 kriegen wir nicht so hin. 13. 13 kriegen wir aber hin. So ist schon. Äh, wo ist große Tür? Hier ist große Tür. Und da arbeiten wir nicht flessig weiter. gleich wird der neuen zellblock gebaut da ist aber schon fertig natürlich habe ich eine sache vergessen also nicht einberechnet materialien einer zwei drei schönen lang auch verkackt mal wieder wie eh und je naja man kennt es ja das andere wäre auch komisch ach stimmt das ding hat gar keine dusche na ok passt schon umgeräumt zwar jetzt nicht so geplant wie ich wollte aber naja drei zwei drei vier genau materialien ziegelmauer nicht versorgung nach einrichtung und duschkopf dann kommt hier so ein abfluss hin hier kommen jeweils betten rei gefängnis zu noch nicht weil das ist dumm jeweils ein schönes scheiß klo und ein bücherregal damit sie auch zufrieden sind und damit unser gefängnis an wert zudem raum isolierungszellen haben wir denn zwei mehr übergangs zellen die isolierungszellen wollte ich haben so zellen wäre das und jetzt brauchen wir noch ein bart ein nettes kleines bart damit die kleinen dreckigen gefängnis leuten auch sauber werden jetzt kommen wir zur versorgung und legen acht was für zufall das rohr hier hin dann wird es auch fertig das rohrsystem wo sind also bei putzte die sind ja auch zu faul hier die können nichts anständiges machen gar nichts warum auch eine kapelle 6x6 ist so unrealistisch groß eine wäscherei braucht nicht so viel passt über eine wäscherei was braucht eine wäscherei als waschmaschine waschkorb biegelbrett ok wir machen mal auf stopp weil das geht mir zu schnell gerade wo ist denn eine waschmaschine eine waschmaschine die wäscher wir brauchen jeweils nur ein das ding braucht drei das passt irgendwie nicht muss es also muss es muss nur innen liegen muss ja nicht zu sein muss ja nur innen liegen ich probiere es einfach so aus hier ist der waschmaschine und hier ist das wäschekorb das passt sogar meine leute sollten mal schneller arbeiten so die toiletten werden ja hier gebaut blablabla einrichtung raum wir brauchen den hof ich will verlängern also vergrößern bis hier hin und bis hier hin erstmal damit die leute auch mehr platz haben um sich ja auszutoben um von schlechten gedanken wegzukommen weil wir wollen ja hier keine stören friede aha der strom reicht komischerweise nicht und dann machen wir den schrumpes hier hin können schon die einzelnen türen hier einrichten oh boah wasser ach reicht ja auch so ein rohr ist billiger ist billiger oh arbeitsplatz kann nicht erreicht werden ist aber schade kann er jetzt erreicht werden eigentlich sollte er auch nicht erreicht werden können achso jetzt geht's ok gut ja umso besser wo ist ein wäschekopf wäschekopf einfach nur ein zweites ein bisschen schneller geht die holen sich alle essen funktioniert jens gut ja könnt ihr bei arbeiter arbeiter sein aber die küche ist jetzt schon an den grenzen angelenkt ja freut man sich ist auch alles schlecht geplant muss man sagen ja lustig warum ist da immer noch kein strom jetzt muss ich echt da etwas rein bauen damit die strom haben unfassbar die wache läuft hier draußen rum ganz gemütlich und zielstrebig und zielstrebig ich habe doch gar keine arbeit eingeplant glaube ich oder die leben hier die leben hier fröhliches tagewerk ohne arbeit zu arbeiten ja tatsache hier ist der freizeit essen 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 wo ist essen essen danach kommt Arbeit dann kommt der Hofgang den Namen die Freizeit dann erstmal nichts dann erstmal nichts weil es ja Gefängnis und hier wieder essen duschen und dann essen genau haben sie mehr zu duschen schon sehr schön so gefällt es mir da wir jetzt arbeit haben Stationierung Jobs ok ok was denn das da steht ja Baumqualität ich glaube ja Raumqualität ja dementsprechend sieht man das ähm Jobs verteilt ich wollte noch ähm hier Programme genau Küche können wir machen ähm ne das können wir nicht machen das können wir machen und das können wir machen so jetzt kommt diese Stationierung wie war es nochmal Stationierung auf Zeit habe ich das schon erforscht recht es gibt es gibt eine Anwalt gut wir machen mal recht einfach das passt ähm Migration steht doch da wie war das nochmal mit der Stationierung auf Zeit toll wenn man das vergisst äh ja vergessen ist mir jetzt auch egal ähm wir brauchen ein Fundament Beton wo ist denn große Gefängnistür ist hier es wird der Eintritt nach draußen sein ok wie viel zähl muss ich aufbauen auf 50 na wir haben ja bald 50 wir haben doch 50 erhöhe die Kapazität auf 50 so verstehe ich jetzt nicht aber ok muss ich ja nicht verstehen jetzt wollen wir mal einen Shop bauen shop 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 wo ist der Shop 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 ok laden 4x4 4x4 also ähm vielleicht sollte ich gucken bevor ich es brauche was ich brauche einen Tisch brauche ich ein Laderegal ein Laderegal wie groß ist denn ein Laderegal oh wie ich sehe ähm ok äh ich mach noch 3 Minuten und dann habt ihr 30 Minuten hoho ich bin ja so gut so freundlich äh was ist denn das ach hier das ist 3 ok kriegen wir sicher irgendwie hin mhm Einrichtung Logistik ne Planung ich will ja auch voll verplanen 1 ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 ok so groß wird jetzt der Raum und 6 und um k und lade thekel kommt muss ich jetzt warten bis die tür fertig ist dann kommt hier so eine tür rein das stimmt ja versorgen das ding wir ja auch irgendwie versorgt werden raum raum ist der job und landeke was das ist neben dem raum typ das neben dem raum typ vielleicht fehlt das ja noch und deswegen meckert er rum es ist zufällig 6 x 6 1 2 3 4 5 nein rüstungskamera klassenraum 55 1 gut hier kommt der klassenraum gut das wasser für diese folge wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder bei dem prismarchitekt